Stell dir vor, dein Unternehmen könnte Millionen potenzieller Kundinnen und Kunden erreichen. Und das alles durch eine Plattform, die du bereits kennst. YouTube. Doch wie lange dauert es wirklich, bis dein YouTube-Kanal wächst und erfolgreich wird? Bleib dran, denn in diesem Video verrate ich dir, worauf es ankommt und wie du die Zeit bis zum Erfolg optimal nutzen kannst. Und am Ende des Videos habe ich noch einen speziellen Bonus für dich, also bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Georg, dein Experte für YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. In diesem Video aus unserer Serie YouTube für Unternehmen erkläre ich, wie lange es wirklich dauert, bis dein Kanal wächst. In diesem Video sprechen wir über fünf entscheidende Faktoren, die die Zeit beeinflussen, die du brauchst, um deinen YouTube-Kanal erfolgreich zu machen. Am Ende des Videos habe ich noch einen speziellen Bonus für dich, also bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Ein erfolgreicher YouTube-Kanal entsteht nicht über Nacht. Die meisten erfolgreichen Kanäle zeigen ein signifikantes Wachstum erst nach mehreren Jahren kontinuierlicher Arbeit. Zwei bis vier Jahre sind ein typischer Zeitraum, in dem sich deine Bemühungen auszahlen und der Kanal eine breite Zuschauerbasis aufbaut. Es erfordert Geduld und Ausdauer, die richtigen Inhalte zu erstellen und eine engagierte Community aufzubauen. Aber es ist machbar und du wirst belohnt werden. So geht YouTube und das sind die fünf entscheidenden Faktoren. Ein wesentlicher Faktor ist die regelmäßige Produktion von Inhalten. Es dauert sechs bis zwölf Monate, eine regelmäßige Produktionsroutine zu etablieren, um genügend Inhalte zu erstellen. Erfolgreiche Kanäle veröffentlichen zumindest zwischen 50 und 100 Videos pro Jahr. Dadurch entwickelst du Kontinuität und sorgst dafür, dass der Kanal aktiv bleibt und eine stetige Zuschauerbasis aufbaut. Der Aufbau von Evergreen-Inhalten ist ein weiterer Schlüssel zum langfristigen Erfolg deines Kanals. Evergreen-Inhalte sind Videos, die über lange Zeit relevant bleiben. Diese Videos benötigen ein bis zwei Jahre, um ihre View-Rate und View-Time aufzubauen. Geduld ist hier der Schlüssel, denn oft zeigt sich das Wachstum erst nach mehreren Monaten oder sogar Jahren. Die Optimierung deiner Inhalte nach relevanten Keywords spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Dies dauert in der Regel drei bis sechs Monate. Die Anpassung von Titeln, Beschreibungen und Tags erfordert Zeit und kontinuierliche Anpassung. Es ist ein fortlaufender Prozess, der durch eine Reihe bewährter Tools unterstützt werden kann. Hier kann die Zusammenarbeit mit einer YouTube-Agentur wie News & Video Sinn machen. Eine engagierte Community für deinen Kanal aufzubauen ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg und erfordert kontinuierliche Interaktion. Dies umfasst das Reagieren auf Kommentare, das Beantworten von Fragen und die aktive Teilnahme am Dialog. Eine starke Community entwickelt sich langsam, über ein bis zwei Jahre und trägt wesentlich zum organischen Wachstum deines Kanals bei. Zur regelmäßigen Überprüfung und Anpassung deiner Strategie ist die Nutzung von Analyse-Tools entscheidend, um wertvolle Einblicke in das Verhalten deiner Zuschauer zu gewinnen. Das erfordert sechs bis zwölf Monate. Diese Daten helfen dir, Inhalte zu optimieren und deine Zielgruppe besser zu verstehen. Was langfristig den Erfolg deines Kanals unterstützt. Jetzt zum versprochenen Bonus. Wir werfen gerne einmal einen Blick auf deinen Kanal und geben dir individuelle Tipps, wie du deine Strategie verbessern kannst. Kontaktiere uns für eine kostenlose Kanalanalyse. In den nächsten Videos unserer Serie wird es unter anderem darum gehen, warum YouTube für Unternehmen so unglaublich wichtig ist, wie du YouTube für dein Unternehmen nutzen kannst, was YouTube für Unternehmen kostet und wie eine YouTube-Strategie für B2B- und B2C-Unternehmen aussehen kann. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast eine Einschätzung bekommen, darum es nicht von heute auf morgen geht, einen YouTube-Kanal groß zu machen und dass es sich dennoch lohnt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest, abonniere am besten gleich unseren Kanal für mehr Wissen, Tipps und Tricks rund um YouTube-Marketing mit Unternehmenswachstum. Sieh dir gleich das nächste Video zum Thema an, nämlich wie dein YouTube-Kanal die Service- und Support-Organisation deines Unternehmens entlasten kann. Bis dahin, bleibt dran und viel Erfolg! 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 Bis zum nächsten Mal.